Paul und ich wollen heute wieder einmal über Russland und die Ukraine und den Krieg sprechen, denn da passiert gerade etwas, was wahrscheinlich kein einziger Experte oder Beobachter oder Journalist vorhergesehen hat, was auch die meisten Regierungen auf der Welt nicht vorhergesehen haben und was vielleicht am besten ist, auch Wladimir Putin sich nicht hätte vorstellen können. Denn seit einigen Tagen läuft eine ukrainische Großoffensive. Allerdings nicht im Donbass, nicht im Norden der Ukraine, nicht im Süden, sondern sie läuft auf russischem Territorium. Also auf dem Staatsgebiet der russischen Föderation stoßen ukrainische Verbände vor. Es ist ihnen gelungen, durch russische Verteidigungslinien zu brechen, russische Soldaten gefangen zu nehmen, zahlreiche Ortschaften zu erobern, eine Kleinstadt einzukesseln oder größtenteils oder vielleicht sogar komplett einzunehmen. Das ist gerade noch nicht ganz klar, weil es diesen sogenannten Fog of War, diesen Nebel des Krieges gibt, der es nicht ganz möglich macht, alles zu wissen, was passiert. Aber nach allem, was man bislang sieht, ist es ein, ich weiß nicht, ob man sensationeller Erfolg sagen kann, aber auf jeden Fall eine sensationelle Überraschung. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Philipp Hierthoff, ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Hallo Paul. Hi Philipp. Also ich schätze mal, du hast es auch nicht kommen gesehen, oder? Dass es plötzlich heißt, ukrainische Truppen überqueren die Grenze zu Russland und marschieren vor. Nein, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Ich war im Gegenteil in den letzten Wochen, Monaten in Kontakt mit sehr besorgten Soldaten, Kommandeuren, die alle gesagt haben, die Lage rund um den Donbass wird immer schwieriger. Die Russen kommen dort voran, auch in größere Städte. Und die sehr, sehr negativ geklungen haben, was die Situation dort an der Front angeht. Und dann gab es plötzlich die Meldung, lange Zeit hat sich ja auch in der Ukraine niemand offiziell erstmal dazu geäußert. Ich nehme an, es ging darum, erstmal rauszufinden, wie klappt das, kommt man voran. Mich hat das am Anfang erinnert an Vorstöße, die es ja immer mal wieder gegeben hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren als einzelne Teile, nämlich sogenannte russische Legionen, die für die Ukraine kämpfen. Die habe ich auch mal besucht, da gibt es auch ein Interview hier mit einem der Anführer, Dennis Nikitin, den ich auch für den Podcast interviewt habe, die ja zeitweise immer mal für ein paar Stunden oder ein paar Tage in der Region Belgorod und in anderen Regionen so einzelne Dörfer angegriffen haben und dann wieder zurück sind über die Grenze. Aber mittlerweile ist ja klar, dass das eine sehr viel größere Mission ist, eine sehr viel größere, umfassende Militäroperation, die wirklich alle überrascht hat. Ja, du sprichst es an, es gab Vorstöße von sogenannten russischen Freiwilligenverbänden bereits in der Vergangenheit, aber das scheint ja jetzt was wirklich ganz anderes zu sein. Es sind offenbar mehrere hundert bis mehrere tausend ukrainische Soldaten, reguläre ukrainische Soldaten auf russischem Staatsgebiet und kämpfen und erobern Territorium und nehmen Soldaten gefangen. Hast du diese Bilder gesehen, wie sich Dutzende russische Soldaten ergeben? Das ist ja, also für die russische Propaganda muss das doch der Horror sein. Absolut, zumal, und ich habe es am Anfang gesagt, man ja sehr gute Nachrichten aus russischer Sicht hatte in den vergangenen Wochen und Monaten. Zum einen die Situation an der Front, aus Sicht der Propaganda zumindest, hat man einzelne Dörfer, einzelne Regionen weiter einnehmen können. Und gleichzeitig gab es dann ja aus der ukrainischen Regierung plötzlich Stimmen, die so klangen, dass die Ukraine jetzt Verhandlungen wolle. Also Selenskyj hat das erste Mal angedeutet, dass er eben bereit sei, mit Russland zu verhandeln. Also es deutete alles irgendwie in eine Richtung, die jetzt sehr positiv für Russland aussah. Das, was dort jetzt passiert, ist der absolute Horror für die russische Propaganda. Denn es ist eben nicht so, dass man in der Ukraine Territorium verliert, sondern sich vulnerabel auf eigenem Staatsgebiet zeigt. Und das in einem wirklich großen Umfang. Das sind ja wirklich viele, viele Kilometer, die die Ukraine dort erst einmal erobert hat. Das sind auch sehr ländliche Flächendörfer. Aber alleine die Tatsache, diese Bilder, wo sich dann russische Soldaten ergeben müssen, wo Gefangene genommen werden auf russischem Staatsgebiet, das ist, zumindest Stand jetzt, wirklich eine Katastrophe, weil es auch etwas sehr Symbolisches hat. Also wie angreifbar Russland ist, dass sich Russland eben nicht an allen Fronten gleich verteidigen kann, dass sie angreifbar sind, sogar auf eigenem Staatsgebiet. Die Ukraine hat das ja zuvor neben diesen verschiedenen Legionen unter anderem dadurch gezeigt, dass man mit Drohnen schon mal russische Ölfelder und anderes angegriffen hat. Aber das ist jetzt eine andere Dimension. Und mir scheint, wenn man sich anschaut, wie die Russen darauf reagieren, Auch sie hat es vollkommen überrascht und man hat nicht so eine richtige Kommunikationslinie gefunden. Es war erst einmal ziemlich große Panik unter den russischen Militärbloggern und auch im politischen Umfeld. Herr, du sprichst es an, die russischen Militärblogger. Das klingt ja erst mal so ein bisschen unwichtig, Militärblogger. Aber das sind Gruppierungen und Einzelpersonen, die wahnsinnig wichtig sind in Russland. Mit denen folgen Hunderttausende, manchmal Millionen Menschen, viele Armeeangehörige. Und das sind eben Gruppen von Propagandisten, die sich selbst als Journalisten sehen, die sehr gute Zugänge, sehr gute Drähte haben zur russischen Armee und dadurch, dass sie so eine hohe Followerschaft haben, eben auch sehr einflussreich sind. Und die sind komplett durchgedreht. Die schreiben seit Tagen, wie schwierig die Lage ist, ist, dass teilweise russische Soldaten umzingelt werden, dass die Ukrainer mit schnellen Vorstößen die russischen Streitkräfte überraschen, dass man kein Gegenmittel findet. Und ich habe mir auch mal die Staatsnachrichten angeschaut. Da war man auch so nervös. Man wusste offenbar gar nicht, wie man darüber berichten soll und hat dann sicherheitshalber einfach minutenlang die Erklärung des Verteidigungsministeriums vorgelesen. Und das zeigt, glaube ich, dass man sich in der russischen Propaganda auch noch nicht ganz sicher ist, wie man mit diesem Misserfolg umgehen soll. Aber Paul, wie kann es sein, dass Russland von so etwas überrascht wird? Denn das ist ja nicht so, dass die beiden Länder im Friedenszustand miteinander waren, sondern Russland führt seit Jahren einen Angriffskrieg. Da muss man doch auch mal mit einem Gegenangriff rechnen. Wie kann es sein, dass man da komplett kalt erwischt wurde? Also das ist etwas, worauf ich nicht so richtig eine Antwort habe. Denn die Russen sind ja gerade in der Drohnentechnik so weit entwickelt, dass sie der Ukraine überlegen scheinen. Sie haben zum Beispiel iranische Drohnen, auf die die Ukrainer ganz schwierig nur Antworten finden, die auch teilweise nicht sichtbar sind. Deswegen finde ich oder bin ich fast perplex, dass sie es nicht geschafft haben, also ihre Grenze so zu überwachen oder auch so viel Intelligence zu sammeln, dass sie auf so einen Angriff vorbereitet waren. Denn das war ja ein Umfassen. Das waren ja nicht irgendwie 10, 15 Leute, die über die Grenze sind oder ein paar Hundert, sondern sehr viel mehr. Und das ist etwas, wo ich zumindest keine direkte Erklärung habe. Aber es folgt, wenn man das Ganze analysiert, ist es erneut ein Beispiel dafür, wie schwach das russische Militär zumindest in dieser Region ist. Wir haben seit Beginn des Krieges immer wieder über die großen Schwächen der russischen Armee gesprochen, die überdeckt wurden in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr, auch durch die Probleme der Ukrainer. Wir haben sehr viel häufiger über gescheiterte Gegenoffensiven der Ukrainer gesprochen, als zum Beispiel darüber, dass die Russen ihre Kriegsziele eben im großen Umfang nicht erreicht haben, dass sie auch die strukturellen Probleme, die Korruption in der russischen Armee, die Personalprobleme zumindest, was die wirklich gut ausgebildeten Soldaten angeht. Das sind alles Themen, die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Aber wenn wir uns daran erinnern, wie die russische Armee gerade zu Beginn des Krieges zu sehen war, wie diese Armee gewirkt hat, dann kann man da wieder Parallelen ziehen und sagen, ja, also es zeigt erneut, wie schwach in Teilen die russische Armee immer noch ist. In sozialen Netzwerken, vor allem auf X und Telegram, wird das ja mit großer Begeisterung aufgenommen in der pro-ukrainischen und ukrainischen Community. Da werden die Vergleiche gezogen zum Beginn des russischen Angriffskrieges, nach dem Motto, Putin wollte in drei Tagen in Kiew sein und jetzt zweieinhalb Jahre später kriegt er nicht mal die Region Kursk im Südwesten Russlands unter Kontrolle. Aber die große Frage, die noch niemand so richtig beantworten konnte, ist, warum machen die Ukrainer das? Ist das eine PR-Aktion? Will man die Frontabschnitte in der Ukraine etwas entlasten? Will man dafür sorgen, dass russische Truppen sich zurückziehen müssen, um ihr eigenes Territorium zu verteidigen? Du hast sehr gute Drähte zur ukrainischen Regierung, zum Umfeld des Präsidenten, zum Kiewer Bürgermeister, zum Generalstab. Was hörst du darüber, weshalb die Ukrainer das jetzt gemacht haben? Also ich höre verschiedene Dinge, die du auch teilweise angesprochen hast. Ich höre aber viel Skepsis und viel Kritik bei den Quellen, mit denen ich gesprochen habe. Also im militärischen Umfeld sagen viele, wie kann das sein, dass wir da jetzt so eine große Offensive machen? Wir haben Riesenprobleme im Bereich Donbass. Da brauchen wir Waffen, da brauchen wir Munition und vor allem Personal. Das ist ja eines der größten Probleme, das die Ukrainer momentan haben, dass sie in bestimmten Frontstellungen nicht mehr genügend Soldaten haben. Deswegen wundern sich militärische Offizielle, mit denen ich spreche, darüber, dass man dort eine Offensive fährt. Die zweite Frage, die sich viele stellen, ist, wie nachhaltig ist das? Also ja, wir haben darüber gesprochen, wie die russische Propaganda völlig panisch ist. Aber die Frage, die sich viele Ukrainer stellen im militärischen Umfeld ist eben, ist das etwas, ist das eine Region, die wir wirklich lange halten können? Also wie funktioniert das mit der Logistik? Gibt es Möglichkeiten, unsere Soldaten, also aus Sicht der Ukrainer ihre Soldaten, eben dort zu versorgen, so viel Munition hinzubringen? Kann man diese Region halten? Denn nur dann, sagen sie, würde so eine Offensive Sinn machen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, über den gesprochen oder spekuliert wird oder zumindest angedeutet wird, dass das für die Ukraine etwas sein könnte, wenn man die Region länger halten kann, dass es eine Region ist, die man sozusagen eintauschen könnte gegen Regionen, die jetzt von Russland in der Ukraine besetzt sind. Das ist so eine Traumvorstellung. Ich halte die für wenig realistisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukrainer diese Region wirklich dauerhaft, und da spreche ich jetzt von Wochen und Monaten, wird halten können. Denn Putin und die russische Armee muss jetzt natürlich beweisen, dass sie wieder für Ordnung und Sicherheit sorgen können. Denn ich glaube, das wäre für Putin ein absolutes Desaster, wenn das jetzt irgendwie ein dauerhafter Zustand bliebe. Aber, und das ist eben jetzt die große Frage, wie nutzt das auch Zelensky in diesen Gesprächen? Ich höre auch von Ukrainern, dass sie Sorge haben, dass diese Debatte um die Frage, inwieweit darf die Ukraine sozusagen mit westlichen Waffen nach Russland vorstoßen, dass auch diese Debatte im Hintergrund wiederkommt. Und also zusammengefasst, da sind sehr viele offene Fragen. Hältst du es für möglich, dass das Kalkül der Ukrainer war, die Russen unter Druck zu setzen, in der Region Kursk, mit dem Ziel, dass die Russen aus anderen Frontabschnitten in der Ukraine, also gerade dort, wo sie zuletzt Erfolge erzielen konnten, dass sie gezwungen sind, aus diesen Frontabschnitten Truppen abzuziehen, und die Ukraine dort etwas entlastet wird? Denn, du hast es ja gesagt, die Ukraine ist da zuletzt extrem unter Druck geraten. Ja, völlig richtiger Punkt. Das ist auch etwas, was einzelne Quellen in Kiew und auch in anderen Bereichen der Ukraine mir sagen, dass es sein könnte, dass man versucht, dort Truppen zu binden. Also, dass man versucht, durch diese Angriffe in Russland dafür zu sorgen, dass sich die Truppensituation verschiebt und dass Russland eben aus dem Donbass, aus Saporizia, aus der Luhans-Region Truppen abziehen müsste, in Richtung dieser Position, wo die Ukraine innerhalb Russlands angegriffen hat. Und Paul, aus Deutschland liest man ja jetzt Reaktionen aus verschiedenen politischen Lagern, einmal zum Einsatz westlicher Waffen, aber auch erstmal generell zum Vorhaben der Ukrainer. Und da heißt es jetzt natürlich, die Ukraine eskaliert und das sei viel zu gefährlich. Das hört man von links und rechts. Nun hat Putin ja schon mehrfach rote Linien gezogen und die wurden immer wieder, naja, einfach überrannt von den Ukrainern und danach ist nichts passiert und ist recht kein Atomwaffeneinsatz. Ist das jetzt eine weitere rote Linie, also der Angriff auf russisches Kerngebiet, die von der Ukraine vielleicht für immer ausradiert wird? Also, wenn wir uns an die Debatte erinnern, die wir auch hier im Podcast geführt haben, das war im Mai, Juni, als ich in der Kharkiv-Region unterwegs war, da haben wir darüber debattiert, können westliche Waffen an dieser Position eingesetzt werden? Also, die Ukraine nach verheerenden Angriffen, und auch Kharkiv bat eben darum, dass man bestimmte US-Waffen und auch europäische Waffen einsetzen kann, um russische Positionen anzugreifen. Das wurde dann erlaubt, aber eben nur in diesem Grenzgebiet. Gleichzeitig haben wir erlebt, dass die Ukraine, so hat es Forbes berichtet, die Möglichkeit gehabt hätte, in den vergangenen Wochen einen Flugplatz anzugreifen, innerhalb Russlands, wo Dutzende russische Jets standen. Man hat die Amerikaner um diese Möglichkeit gebeten. Also, man hat Kommunikation aufgenommen und gesagt, können wir Attack MS nutzen, um diesen Flugplatz anzugreifen? Und die Amerikaner haben Nein gesagt. Also, das zeigt ja schon, wie sensibel dieses Thema innerhalb der beiden Regierungen diskutiert wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner, auch wenn sie öffentlich vielleicht etwas anderes sagen, wirklich glücklich darüber sind, dass es jetzt diesen ukrainischen Vorstoß in Kurs gibt, weil das natürlich genau dieser Frage neue Nahrung gibt. Wie haben die Russen darauf reagiert? Also, Medvedev, der so ein bisschen der durchgedrehte Propagandist, ehemaliger Präsident und Premierminister, der so als Hardliner in den letzten Jahren aufgetreten ist, hat bereits gesagt, dass das jetzt bedeutet, man müsse Kiew zerstören und alles angreifen. Aber da kann ich nur sagen, das sagen sie mit verschiedenen Abständen immer mal wieder. Also, die Rhetorik jetzt nach diesem ukrainischen Angriff innerhalb Russlands ist in Wahrheit keine andere als bei anderen, größeren Niederlagen Russlands. Ob das mittelfristig bis langfristig etwas verändert, das kann ich nicht sagen. Das wird sich zeigen. Aber die Ukrainer zeigen erst einmal, wozu sie militärisch immer noch in der Lage sind. Noch einmal, ob das jetzt der strategisch richtige Schritt oder der falsche war, darüber streiten auch in der Ukraine die Militär selbst. Ist das, was ich zumindest höre. Es scheint so zu sein und das muss man ganz klar so sagen, ohne einen direkten Befehl oder ein Go vom Präsidenten würde es so eine Offensive nicht geben. Denn Zelensky hat sich zuletzt entscheidend in diese militärischen Angelegenheiten eingemischt. Und noch einmal, es sah eben zuletzt nicht gut aus. Auch die Umfragen haben das im Übrigen gezeigt. Also im Vergleich dazu, wie es vor einem Jahr aussah, haben plötzlich 35, in manchen Umfragen sogar über 40 Prozent der Menschen gesagt, sie sind mittlerweile für Verhandlungen mit Russland. Wobei die Aussage, wie viele dafür waren, Territorium abzugeben, immer noch, glaube ich, rund um 70 Prozent dagegen waren. Aber Zelensky war und ist erheblich unter Druck. Also diese Bilder, die man jetzt aktuell aus der russischen Region Kursk sieht, dürften Zelensky auf jeden Fall helfen. Denn es gibt jetzt heute wieder neue Videos, die eine komplett zerstörte russische Kolonne auf russischem Staatsgebiet zeigt. Das waren offenbar Truppen, die in Richtung der innerrussischen Front geschickt wurden, um den ukrainischen Vorstoß aufzuhalten. Und den Ukrainern ist es gelungen, diese Kolonne noch auf dem Weg auszuschalten. Und das sind rund ein Dutzend russische Fahrzeuge, die jetzt komplett verkokelt am Straßenrand stehen. Die sind zum Teil voller Leichen mit russischen Soldaten. Und das zeigt, wie gut vorbereitet natürlich auch die Ukraine auf so etwas ist, dass das eben nicht nur ein Selbstmordkommando war, das für ein paar Stunden rein ist, sondern dass man Artillerieunterstützung hat, Aufklärung, Drohnen und offenbar bereit ist, auch russische Gegenangriffe abzuwehren. Paul, was glaubst du, wie lange wird das so noch weitergehen? Also ich habe gerade ein Interview gelesen mit einem Militärexperten, der sagt, gerade haben die Ukrainer noch Momentum. Die Frage stellt sich, wie lange sie das Tempo aufrechterhalten können, ob sie die Nachschubwege sichern können. Wie würdest du Putins Logik einschätzen? Lässt er das so laufen, um die ukrainische Front nicht zu gefährden? Oder wird er versuchen, schnellstmöglich diese innerrussische Front unter Kontrolle zu bringen? Also erst einmal bin ich nicht ganz sicher, wie sehr Selenskyj das hilft. Also du hast recht, erst einmal zeigt es militärische Stärke, es zeigt, wozu die Ukraine fähig ist und das hilft Selenskyj erst einmal gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber die Frage ist ja, und die kann ich nicht vollumfassend beantworten, ich kann nur darauf eingehen, was mir meine Quellen sagen, aber die Frage ist ja, was will man erreichen? Also ist es eine Propaganda-Aktion, also ich überspitze jetzt einmal, um militärische Stärke zu beweisen, oder ist es etwas, was einem größeren Plan oder auch einem strategischen Plan folgt, wo Leute angedeutet haben, ja, wir könnten dann ja mit den Russen verhandeln und sagen, ihr bekommt die Region Kurs zurück und wir bekommen dafür was anderes, aber dafür müsste man ja diese Region wirklich dauerhaft halten können und müsste dafür sorgen können, dass Russland sie nicht zurückerobert und da bin ich vorsichtig gesagt skeptisch, wer weiß, vielleicht überraschen uns die Ukrainer dort, aber dass sie jetzt wirklich monatelang oder noch länger diese Region halten können, ja, ein zweiter strategischer Punkt wäre, ich denke jetzt in Selenskis Kopf, dass er in der russischen Bevölkerung etwas verändern will, also dass die russische Bevölkerung Angst bekommt und irgendeinen Druck auf Putin macht, diesen Krieg zu beenden beziehungsweise für Verhandlungen offener zu sein und auch eigene Zugeständnisse zu machen. Funktioniert der russische Sicherheitsapparat so? Ich denke eher nein, dafür müsste dieser Druck noch sehr, sehr viel größer sein auf Putin und Putin versucht bei so etwas ja mit Stärke zu reagieren. Du sprichst die Reaktion von ihm an, das ist nicht so ganz klar, also da gab es auch sehr kryptische Aussagen von Putin, der erstmal die regionalen Politiker, die regionalen Kräfte seiner Partei verantwortlich gemacht hat für die Situation dort, also er hat sich erstmal versucht rauszuziehen und zu sagen die müssen sich jetzt dort um die Sicherheit kümmern, das ist ihre Aufgabe, aber damit wird er natürlich auch dauerhaft nicht durchkommen, das sind sehr schwierige Fragen, die sich für Putin stellen, dennoch ich habe keine klare Antwort darauf, ob es für Zelensky strategisch dauerhaft eine entscheidende Änderung bringt durch die Bilder, die wir jetzt dort gesehen haben, denn dass Russland Soldaten verliert, dass Panzer in die Luft gejagt werden, das haben wir auch zu Beginn des Krieges gesehen, als Kolonnen auf Kiew zugefahren sind, hat das etwas daran geändert, dass Russland weiter Krieg führt? Nein, sondern es hat dazu geführt, dass die Russen erst unter Schock waren, aber dann einfach im Donbass, im Süden und in anderen Regionen weitergemacht haben. Wir haben auf jeden Fall einen etwas nervösen Putin erlebt, auch da wurden in sozialen Netzwerken die Bilder gegeneinander geschnitten, einmal der selbstbewusste, aggressive Putin, als er seine Kriegserklärung verlesen hat, kurz vor dem 24. Februar, und ein wirklich sichtlich hochnervöser Putin jetzt, der die ganze Zeit an seinem Kinn, an seinen Händen herumfummelt, während er sich mit seinen wichtigsten Beratern bespricht. Und es gibt einen interessanten Bericht in Bloomberg, den ich gelesen habe, und zwar wird dort unter Berufung auf Kreml-Quellen berichtet, dass es durchaus Hinweise gab im russischen Geheimdienst, dass die Ukrainer diesen Angriff in der Region Kursk planen. Aber der russische Generalstab, geführt von Valery Gerasimov, hat diese Hinweise einfach abgetan. Und Gerasimov steht ja schon seit längerem massiv in der Kritik. Er wird eigentlich für alles verantwortlich gemacht, was in diesem Krieg nicht geklappt hat. Und jetzt hat er es nicht mal geschafft, russisches Kernterritorium zu verteidigen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Luftwaffenminister von Adolf Hitler, Hermann Göring, der erklärt hat, wenn auch nur ein ausländischer Bomber es schafft, Berlin zu bombardieren, dann nenne ich mich Meier. Und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Ja, klar. Also ich nehme mal an, je nachdem das Ganze jetzt große personelle Konsequenzen wieder haben wird, alleine für Putin, um eben dort die Verantwortung von ihm wegzunehmen. Er hat hier gerade erst einen neuen Verteidigungsminister installiert, mit dem sollte ja alles besser werden. Und das ist sozusagen die erste kurzfristige Bilanzangriff auf russisches Territorium. Ja, verrückt. Also gerade, was ich am Anfang gesagt habe, weil es eben in letzter Zeit für die Russen ziemlich gut aussah. Ich möchte einmal kurz wieder eine russische Meldung vorlesen. Und ich glaube, mit ein bisschen Feingefühl liest man raus, wie nervös die sind. Also TASS veröffentlicht einfach einen Satz. Putin hat auf einer weiteren Sitzung den Kampf gegen Terror besprochen. Was soll man damit denn anfangen in Russland? Herzlichen Glückwunsch. Mir tun die Propagandareporter wirklich leid. Also die wissen gerade wirklich nicht, was sie dort in Moskau eigentlich schreiben sollen und welche Richtung das alles geht. Also Paul, wir bleiben auf jeden Fall dran. Man kann unsere Berichterstattung auf bild.de nachverfolgen. Es ist großes, großes Interesse dran, weil es auch wirklich faszinierend ist, rein militärisch, was dort passiert. Und wir lassen natürlich sehr viele Militärexperten auch zu Wort kommen, die das alles für uns einordnen. Danke dir für deine Analysen, danke für deine Recherche, für deine Gespräche mit den Quellen vor Ort und wir bleiben dran. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert, das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion Philipp Piatow und Daniel Van Moll, bei der Produktion bei Serdar Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt bei Jorgos Mutafis und Vadim Mosenko